In diesem Video geht es um die besten drei Vakuumverpackungsmaschinen. Der erste Platz, das High-End-Produkt. Eine multifunktionale Vakuumiermaschine. Sie verfügt über einen automatischen Vakuumier- und Versiegelungszyklus, ermöglicht schnelles Marinieren von Lebensmitteln, pulsierendes Vakuum für empfindliche Lebensmittel und manuelles Versiegeln. Maxima 2 bietet eine Pumpengeschwindigkeitsregelung, eine Versiegelungszeitregelung und eine LED-Digitalanzeige für den Verpackungszyklus dank des Lock- und Unlock-Systems und der multifunktionalen wasserdichten Tastatur. Ausgestattet mit einem Rollenfach mit Schutz, Beuteschneider, Kabelaufbewahrungsfach, spülmaschinenfestem Auffangbehälter für Flüssigkeiten und Zubehörfach. Sie ist international zertifiziert, sie erfüllt hohe Produktions- und Sicherheitsstandards, die durch zahlreiche Zulassungen garantiert sind. Das System wird mit einer Bedienungsanleitung und einem praktischen Leitfaden für die Vakuum verpackte Lebensmittelkonservierung geliefert. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Die Lebensmittelkonservierung hält Lebensmittel fünfmal länger frisch stern und verhindert Gefrierbrand, um Reste ohne Beeinträchtigung von Qualität oder Geschmack zu konservieren. Das Sparen bewahrt die Frische und Qualität der Lebensmittel, reduziert Lebensmittelverschwendung um bis zu 87% und hilft Ihnen, Geld zu sparen, indem Sie die Einkaufskosten senken. Ideales Zubehör, um Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten zu sparen, bereiten Sie Ihre Mahlzeiten in großen Mengen für die kommende Woche vor und verzehren Sie sie dann nach Bedarf. Es sollte genügend Platz oben im Beutel sein und keine überschüssige Flüssigkeit vorhanden sein, um eine ordnungsgemäße Versiegelung des Beutels zu ermöglichen. Für Anweisungen zur Verpackung von feuchten oder sehr saftigen Lebensmitteln konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung. Der dritte Platz das Sparprodukt. Unsere Lebensmittelvakuum-Air-Maschine verwendet eine verbesserte neue Technologie, um die Saugleistung der Pumpe zu erhöhen. Mit 80 kpm negativem Druck kann der Versiedelungsprozess in nur 28 Sekunden abgeschlossen werden. Diese Vakuum-Air-Maschine ist mit einer hochwertigen Metallstruktur ausgestattet, die beeindruckende Leistung und unglaubliche Langlebigkeit bietet. Die elegante und leicht zu reinigende Metalloberfläche passt zu Ihrer Arbeitsplatte. Sie werden Ihre Küche nicht ruinieren und sie immer sauber und ordentlich halten. Mit dem integrierten Schneider und dem Aufbewahrungsfach für Vakuumbeutel ist es nicht erforderlich, den Versiegelungsbeutel herauszunehmen und die Beutel nach Bedarf zu schneiden. Die Lebensmittelversiegelungsmaschine bietet eine Vielzahl von Lebensmittelkonservierungsoptionen. Sie können den Modus »Trucken« für feste Lebensmittel und den Modus »Feucht« für die Aufbewahrung von feuchten Lebensmitteln wählen.